Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute gibt es nochmal einen kleinen Zusammenschnitt von der letzten Saison. Und ich dachte, ich erzähle ich einfach mal noch kurz meine drei Highlights der Saison. Und zwar, Highlight Nummer 1 ist definitiv der Auswärtssieg in Braunschweig gewesen. Das war, ja, der erste Sieg der Rückrunde und damit hat eigentlich alles gut angefangen gehabt. Sozusagen als Neustart, dass man das Saisonziel dann doch noch schaffen konnte, nicht abzusteigen. Mein zweites Highlight der Saison war definitiv wieder das Trikotpatentreffen mit meinem Trikotpaten Dennis Rosin. Und das dritte Highlight der Saison war auf jeden Fall der letzte Spieltag. Nochmal schön ein letzter Sieg beim VfL Bochum. Und ja, das waren jetzt auch schon meine drei Saison-Highlights. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit meinem neuen Video. Und weil wir uns am Ende des Videos nicht mehr sehen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis denn. Tschüss! Und wenn wir uns am Ende des Videos nicht mehr sehen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wenn wir uns am Ende des Videos nicht mehr sehen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wenn wir uns am Ende des Videos nicht mehr sehen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir uns am Ende des Videos nicht mehr sehen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schubanko, Schubanko, Schubanko! Schubanko, Schubanko! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR